HTC One Settings About Und ihr seht hier Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich Und HTC Four Cents, also mit der Dropbox Integration Wie schon in der Pressekonferenz gesagt Mit 25 Gigabyte Speicher Und die schnelle Kamera wurde ja da angepriesen Wir starten sie mal Ihr seht sofort an Und die Bilder können auch schnell gemacht werden Ihr seht, wir haben hier ganz schön viele Bilder gemacht gerade eben Mal gucken, wie die aussehen Eigentlich ganz gut dafür, dass ich die ganze Zeit hier rumgeschwirt habe Sieht schon ganz okay aus Und schauen wir uns das Gerät mal von allen Seiten an Wir haben hier oben erstmal eine Frontkamera Hier unten drei Touch Buttons Auf der linken Seite Micro USB, rechts die Lautstärke Tasten Oben Headset Port und Power Button Und die Kamera 8 Megapixel mit Fotolicht Also auch ein sehr schön dünnes Gerät Und ihr seht auch mit Beats Audio Das HTC One X Ich werde sie mir auf dem Mobile World Congress, der morgen startet Auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer anschauen Das war hier nur ein kurzes Hands-On Ist ganz schön voll hier Und ich werde hier die ganze Zeit von hinten bedrängt Da sie ja auch die Smartphones sehen wollen Wenn es nur sehr wenige gibt Aber ich werde sie mir auf der Messe nochmal anschauen Das HTC One X Okay, I got you Das HTC One X Das HTC One X Das HTC One X Das HTC One X Das HTC One X